Ja, hallo ihr Lieben, es ist ja schon mal der Pater, Korrektionscoach, Bibliothek und Psychologe und ja, nehme ich auch mal gern breiterer Themen an. Heute haben wir mal eine Frage zum Thema Eltern und zwar, genau, legen wir einfach mal los. Eine Nachricht von Katschewskola. Hallo Christian, ich habe mal, also ein männlicher Zuschauer, ich habe mal eine Frage zum Thema Eltern. Eigentlich sind es zwei Fragen. Wenn ich mit meinen Eltern nicht klarkomme, mein kleiner Bruder aber sehr gut. Wie kann das sein? Ja, also ich habe immer so die Theorie, dass eigentlich in jeder Familie gibt es so verschiedene Plätze, sage ich mal. Und wenn dieser Platz besetzt ist, dann ist er besetzt. Und also es gibt einen Platz für das liebe Kind, es gibt einen Platz für das rebellische Kind und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, könnt ihr auch mal kommentieren darunter, ganz häufig so, kenne ich teilweise auch, dass man, ja, findet, dass seine Geschwister irgendwie anders sind, anders wahrgenommen werden, von den Eltern anders wahrgenommen werden. Und Eltern finden ihre Kinder ja auch unterschiedlich, sagt man natürlich immer, dass man die gleich liebt, mach auch so sein, aber natürlich auch Eltern behandeln ihre Kinder unterschiedlich, weil es einfach eine Interaktion ist, ne, zwischen Eltern und Kindern. Aber, ja, das ist, wenn jetzt, also häufig ist es eigentlich der Ältere, wenn jetzt, eigentlich sind die Älteren immer so loyaler zu den Eltern. Und, äh, hat man immer auch das Gefühl, dass sie so mehr den Bullshit ertragen können. Und auch vielleicht ist es bei euch anders. Und das heißt natürlich nicht, dass das jetzt per se schlechte Eltern sind. Ich sagte ja, der, ähm, wie heißt der jetzt noch, der erleuchtete, ähm, na, sag mal, wie heißt der jetzt noch? Tolle? Tolle, Eckart Tolle. Äh, äh, der sagt ja zurecht immer, wenn du erleuchtet bist, äh, dann verbring doch mal zwei Wochen mit deinen Eltern, ohne irgendwie schlechte Laune zu kriegen. Und ganz ehrlich hat er da recht. Also ich meine, ich, äh, zähl mich da ja nicht zu. Und, ähm, ja, ich find's auch, äh, meine, heute geht's viel besser als früher, aber ich, ähm, würde mir jetzt auch nicht ohne weiteres zutrauen. Und, ähm, unendliche Zeit, äh, bei meinen auch noch teilweise vorhandenen Eltern zu verbringen. Ähm, einfach weil, ja, es kommt zu Triggern. Die Eltern können sich auch getriggert fühlen und, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es hat auch manchmal gar nicht so viel damit zu tun, dass das jetzt alles so schwierig gelaufen ist, sondern, ja, man hat einfach viel erlebt zusammen. Und, ähm, ja, es ist eine andere Generation und, ach, was weiß ich, ne, es ist halt schwierig, ne. Äh, kann es vorkommen, dass Eltern ihre Kinder zum Beispiel unterschiedlich abgespeichert haben? Also wie das einfache und das komplizierte Kind? Tja, das hab ich ja genau gerade gesagt. Und selbst nicht gleich mit Kindern umgehen? Ja, absolut, absolut. Wie kann ich einordnen, ob bestimmte Situationen wirklich meine Schuld sind? Naja, Fakten, 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 aber gucken wir uns mal an. Beispiel, ich geh meine Eltern besuchen. Und möchte sie zum Essen einladen. Ja. Also könnte ich jetzt gleich schon so ein klitzekleines bisschen einhaken. Wieso laden die Eltern dich nicht ein? Ich glaube, du bist in deinen Zwanzigern. Und, ähm, wieso musst du jetzt deine Eltern einladen? Das finde ich auch schon irgendwie special, dass du dich da so bemüßigt fühlst. Finde ich auch schon interessant, aber gut. Ähm, im Restaurant sagte mir meine Mutter, ich würde so komisch weit weg sitzen und böse gucken. Okay, das ist schon, hört sich schon ziemlich nach Projektion an. Also, ja, okay, das ist weird. Also, das sind immer diese Momente. Ich habe mich da früher auch mal drüber aufgeregt. Egal, mit wem man das jetzt hat. Das sind immer diese Eins und Eins, das Fünf-Momente. Ich denke immer so, ja, okay, wenn du meinst. Also, das ist nicht meine Wahrnehmung. Aber wenn du meinst, ich sitze weit weg und gucke böse. Also, weil das Problem ist immer in dem Moment, du darauf einscheißt und sagst, wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du sagen, ich gucke böse, das stimmt doch gar nicht. Und ich sitze gar nicht weit weg. Also, schon ist man so schmerzkörpermäßig, das ist ja auch so ein Begriff von Eckhart Tolle, ist man schon wieder komplett verfangen. Ich habe davon nicht mitgekommen und sage, dass ich es nicht böse gemeint habe. Ja, aber wie gesagt, du bist dann schon in der Diskussion drin. Und, ja, aber gut, manchmal, guck mal, also ich will das jetzt nicht ausschließen, das ist mal vielleicht, vielleicht hat man manchmal wirklich einen komischen Blick drauf. Aber ich sage mal, diese ganze Situation, du lädst deine Eltern ein und du bist ja jetzt nicht Vorstandsvorsitzender von der Dopamin-AG oder so. Also, ja, und dann sagen sie, du sitzt was weg und du guckst, guckst böse, dann soll die doch nächstes Mal das Essen bezahlen, ja, so ehrlich, ja. Womöglich war ich tatsächlich etwas genervt, weil meine Mutter sehr viel über irgendwelche Leute redet, die sie kennt, Tratsch, mich das irgendwie stört. Vielleicht haben sie nicht mehr viel anderes, keine Ahnung, und das machen so viele Menschen, weil deswegen gucken wir immer Trash-TV und das ist ja auch letztlich Tratsch, ne. Ich denke so, die Steinzeitmenschen haben schon getratscht. Ja. Mein Vater kritisiert etwas nach meiner Mutter, aber auf jeden Fall diese sagt, sie werde morgen ausziehen und vorübergehend bei Freunden leben. Okay, das sind natürlich jetzt so Hinweise, dass deine Mutter so ein bisschen dramatisch ist. Just saying, wenn sowas häufiger auftritt, das ist ja so typisch ein bisschen instabiles, manipulatives Verhalten, ne. Wenn du das machst, dann ziehe ich aus und dann gehe ich ins Mütterhaus und auf die Mütterkur und dann kannst du deine Socken selber waschen und keine Ahnung. Da ich nach so einer Aussage nichts zu tun kann, als sei nichts gesagt worden, ja, kannst du schon, kannst du schon. Äh, muss ich auch gerade die Zeile wieder finden. Dann verlasse ich die Situation und bezahle mein Essen, weil die beiden auch nicht weiter bereit sind, das wenigstens kurz zu klären, sondern schweigend da sitzen und ihr Essen, Essen. Sehr unangenehm. Deshalb wird mir vorgeworfen, ich sei dramatisch. Ja, gut, das ist ja so eine richtige Projektion, die sind ja dramatisch, ne. Und die Reaktion meiner Mutter sei auch mir und meinem Sitz und Blickverhalten zuzuschreiben. Ja, also so wie du das jetzt beschreibst, kann das jetzt nur, nur diese Sätze sind deine Eltern schon sehr mit sich beschäftigt und sehr mit ihrem Ego beschäftigt. Das wäre so typisch, typisch, dass man, äh, alles dreht sich um die und alles, was man macht, ist irgendwie komisch und seltsam und muss kritisiert werden. Das wäre tatsächlich so ein bisschen toxisches Elternverhalten, ne, um diesen inzwischen doch so, ähm, sehr breiten Begriff. Ich meine, ich freue mich ja, dass ich schon mal diesen Begriff mit nach Deutschland gebracht habe, aber jetzt ist ja doch langsam mal schön gelutscht, aber das ist so, das wäre so ein toxisches Elternverhalten, ne. Ja, ist schon krass. Äh, außerdem sei es doch klar, dass man nicht alles meint, was man manchmal so sagt. Ja, aber dir wird vorgeworfen, dass du komisch guckst, das macht überhaupt keinen Sinn, ne. Das macht fucking keinen Sinn, ey, sorry, ey. Ja, also vielleicht müssen deine Eltern mal einen vor den Latz kriegen, sag ich mal. Vielleicht wäre es mal gut zu sagen, sorry, wenn ihr euch so benehmt, dann fahre ich jetzt direkt nach Hause, ne. So, und, äh, dann das über dich ja gehen lassen, dass du natürlich immer wieder dramatisch bist und ich weiß nicht, was da so ganz ruhig sagen, das mache ich nicht mit. Und sobald das wieder passiert, werde ich auch wieder fahren. Ich glaube, du könntest mal anfangen, deine Eltern ein bisschen zu erziehen. Das ist manchmal notwendig bei Eltern. Dass man, äh, einfach mal aufsteht und geht, weil das wollen die ja auch nicht. Und, äh, ich sag einfach, sorry, das ist einfach fucking inakzeptabel und, äh, ne, das reißt sich mal zusammen, ne. Weil, äh, und natürlich gleichzeitig eigene Spielfläche sauber halten, weil machst du hier so weitgehend. Und, ähm, es ist nur so, du bleibst da auf der Hälfte stehen, ne, dass du dann sagst, boah, jetzt reicht es mir, aber, aber bleibst du in der Situation grundsätzlich, äh, vielleicht würde ich da mal ganz rausgehen. Manchmal reicht das, wenn man das ein-, zweimal macht und dann, ähm, verhalten sich wahrscheinlich schon besser, könnte ich mir vorstellen. Äh, ich ziehe in eine neue Stadt, in der ich noch niemanden kenne, dafür näher am Wohnort meine Eltern. Ja, aber nicht, dass du ja so einen People, einen auf People Pleaser machst und jetzt versuchst, deine Eltern, äh, recht zu machen, was du echt nicht musst. Ey, man, fliegt dann, lebt dann ein fucking Leben. Also, wenn ich das so richtig sehe, ähm, studierst du und, ey, komm, ey, deine Eltern sollen ihr Leben leben. Und nicht, dass du jetzt, äh, um dich so zu behandeln, jetzt näher an deine Eltern ziehst. Also, das würde ich nicht machen, ne. Äh, aber gut, vielleicht gibt es ja andere Gründe. Meine Mutter fragt, ob ich an meinem Geburtstag, ähm, Tag X der Woche, äh, Donnerstag, können wir vorlesen, zu Ihnen kommen möchte und zum Beispiel Kaffee und Kuchen essen. Am gleichen Wochenende sind, ist noch eine gemeinsame Trauerfeier und am Montag ein Arzttermin von mir dort in der Nähe. Ähm, ähm, um Streitpotenzial zu verringern, sage ich, dass ich lieber nur das Wochenende komme und wir am Sonntag vielleicht ein bisschen meinen Geburtstag nachfeiern können. Ja, das ist, äh, schwierige Sache. Also, ich verstehe den Punkt. Das konnten deine Eltern jetzt aber auch wieder, sie sind ja offensichtlich sehr sensibel, ähm, auch schon wieder ein bisschen als Erfrogen auffassen. Wieso kommt denn jetzt nicht am Donnerstag? Dann würde ich vielleicht, also, warum musst du jetzt auch, äh, offensichtlich bist du ja deutlich über 20, weiß ich nicht. Warum musst du jetzt unbedingt auch das Wochenende da sein? Dann kommst du eben und dann sagst du, ja, nee, dann komme ich Donnerstag und fahr Freitag wieder, wenn ihr da eine andere Feier habt. Ähm, das wäre, glaube ich, besser dann so. Äh, meine Mutter ist dagegen und sagt, dass es an diesem Tag nicht geht, weil die anderen Verwandten dann ja schon am Tag, weil, weil wir die anderen Verwandten dann ja schon am Tag davor auf der Trauerfeier gesehen haben. Wieso kommen denn jetzt auch noch die Verwandten dann zu deinem Geburtstag? Ach, okay. Ja, okay, aber da, da könnte ich sogar noch sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, das einfach an dem Donnerstag zu machen und fertig, ne? Ist ja auch dein Geburtstag. Aber gut, du kannst deinen Geburtstag natürlich fahren, wie du möchtest, ne? Musst da jetzt auch nicht Ja zu sagen. Äh, Anmerkung, die Feier war generell ja ihr Vorschlag. Naja, nochmal, mach dich doch nicht zum Opfer. Du, du entscheidest, wie du deinen Geburtstag feierst und wenn du da von morgens bis abends Bowling gehst oder, weiß ich nicht. Murmeln gegen die Wand wirfst, äh, spielt keine Rolle. Du kannst machen, was du willst. Du musst jetzt nicht nur, weil deine Eltern das sagen, zu denen kommen. Weil wenn du das machst, äh, dann kriegst du so ein Ressentiment. Und dann ist man angespannt, hat eigentlich keinen Bock, macht's dann trotzdem und da kommt dann nur ein Boxbar raus, ne? Äh, so. Resultat der Plan ist, dass ich mit meinem Vater Sonntag alleine Pizza essen gehe, um den Geburtstag noch zu feiern. Mir wird implizit von der Mutter vorgeworfen, unflexibel zu sein. Aber es gibt nicht die Flexibilität, eine Feier ohne jegliche Erwartungshaltung meinerseits um zwei Tage zu verschieben. Ähm, ja, nochmal, da hab ich, ich meine, klar, hab ich jetzt gesagt, hätte man vielleicht machen können, aber mal ganz ehrlich, also der Geburtstag ist nun wirklich der einzige Tag im Jahr, wo es wirklich nur um einen selbst geht. Und wenn du sagst, ich möchte den Geburtstag nicht feiern mit meinen Eltern, ist das dein fucking Recht, ne? Also, ja, dann find's ich halt komisch. Dann würde ich halt sagen, ja, ich bin eben unflexibel, juckt mich nicht. Also, lass dich da nicht so einmangeln, da von denen, na. Ähm, würde ich auch sagen, ey, sorry, bin ich nicht bereit zu diskutieren, also, was wollt ihr eigentlich, wollt ihr mich jetzt sehen oder nicht? Ich hab jetzt keinen Bock mit euch über so ein Mist, also, hör, diskutier nicht mit denen, wirklich, ne? Ne, einfach zielorientiert, was will ich jetzt hier machen mit denen Geburtstag feiern, Pizza essen gehen, okay, Diskussion, ne, mach ich nicht. Unter Umständen wieder, wie gesagt, glaub nicht, dass man das oft machen muss, ja, fahr ich eben wieder, hab keinen Bock drauf, ne? Ähm, also, ich kann mich erinnern, dass ich das bei meinen ansonsten auch sehr netten Eltern auch, äh, ab und zu mal gemacht hab, oder dass es auch mal notwendig war, zu sagen, äh, sorry, das, ähm, inakzeptabel. Und das versteht man vielleicht nicht immer, aber es reicht ja, wenn du es verstehst, ne? Das darf man nicht mehr erwarten, dass es die anderen verstehen. Ähm, so. Solche Situationen habe ich mit meinen Eltern oft, auch wenn sie immer sehr gute Eltern waren und ich sie sehr lieb habe. Aber ich frage mich, ob es normal ist, auch, dass immer alles so kompliziert zu sein scheint, sobald etwas mit mir zu tun hat und so schnell als Angriff aufgefasst wird, was ich mache. Also, naja, wie gesagt, ich meine, ich habe viele Jahre miteinander verbracht. Es ist ein Minenfeld wahrscheinlich, was man alles so an Triggern mitgenommen hat. Also, es ist nicht so ganz, also, ich meine, jetzt die Reaktion seiner Mutter finde ich schon teilweise recht extrem. Aber dieses Phänomen ist jetzt vielleicht nicht so super unnormal, ne? Ähm, außerdem fällt mir auf, dass wir bei gemeinsam verbrachter Zeit erzählte ich miteinander, wenig reden oder Zeit verbringen, sondern jeder macht sein eigenes Ding, obwohl wir uns nur alle drei Monate sehen. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ihr beide versucht, unbewusst oder alle drei Streit zu vermeiden und dann rede ich mal lieber gar nicht miteinander, so könnte sein, ne? Ja, wenn ihr was hört hier, das ist unser Hund, der inzwischen 500 Kilo wiegt und ungefähr das halbe Wohnzimmer einnimmt, wenn er sich einmal rumdreht irgendwie. Äh, so. Das liegt sicherlich auch teilweise an mir, weil ich so eine Vermeidungshaltung einnehme und um nicht zu streiten, ja, das würde ich tatsächlich lassen, weil das ist verständlich, aber letztlich, ähm, man sieht, dass du da so ein bisschen so ein, sagen wir mal, co-abhängiges, klitzekleines Muster dir äh, und du siehst ja, dass das nicht funktioniert, ne? Also dann ist manchmal besser, wirklich offen, in den Konflikt zu gehen. Nicht laut, äh, aber so direkt, weil manchmal ist dieses Vermeiden, kann ich mir vorstellen, wenn ich das so lese, der trägert deine Eltern, glaube ich, noch mehr an. Weil dann spüren sie irgendwas, kriegen das nicht zu fassen und, ähm, da würde ich lieber ganz klar sagen, okay, nee, habe ich keinen Bock drauf, ähm, mache ich nicht. Also versuchst deinen Eltern nicht immer recht zu machen, ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass man selber einen Blindspot hat? Ja, dieses People-Pleasing, was du da so ein bisschen machst, könnte ein Blindspot sein, aber mehr, glaube ich, jetzt habe ich gesagt nicht. Ich, ich wundere mich, weil ich es seit Jahren nicht schaffe, dass wir mal ein friedliches Wochenende verbringen. Äh, bin Mitte 20, aber es war schon immer so. Ja, es ist leider jetzt, ich könnte ja mal kommentieren, wie das bei euch so ist, aber so richtig selten ist es jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, du könntest dir immer ein bisschen erziehen, manchmal muss man ja auch die Eltern erziehen, indem du, ähm, ja, verhalten, was du gut findest, mit deiner Aufmerksamkeit belohnst und verhalten, was du nicht gut findest, äh, mit, ja, wie gesagt, musst du ja keinen Streit vom Zaum brechen, aber mit, ähm, Abwesenheit belohnst. Ähm, und, ähm, vielleicht ist es auch zu lang, ne? So, es gehe ich, manchmal sage ich ja so, wenn man, wenn du das so nervst, so die 24-Stunden-Regel, mach es nicht länger als 24 Stunden und dann könntest du dich ja mal überlegen, ob sie sich nicht vielleicht ein bisschen netter benehmen, dass du vielleicht doch Lust hast, länger zu bleiben, ne? Also es ist nicht so, dass du es immer deinen Elternrecht machen, musst, die können auch mal lernen, dass es dir mal recht machen müssen, weil die haben ja da irgendwo nicht so, ich will jetzt nicht sagen, die haben bestimmt Respekt vor dir deine Eltern, aber irgendwie hakt es da so ein bisschen, ne? Hm, vielleicht ist dein Bruder auch, Frage, weiß ich jetzt nicht, kann ich ja nicht rauslesen, also entweder macht ihm das wirklich weniger aus, oder, also dann, oder er ist vielleicht sogar auch, das wäre jetzt die Einrichtung, Einrichtung wäre, vielleicht ist das sogar konfliktfähiger und die reißen sich mehr zusammen, das kann auch sein, ne? Äh, da, 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 aber das kriegst du schon sicherlich in den Griff. Können solche Situationen auch Hinweise auf meinen Liebeschip geben? Ja gut, hab jetzt keine Glaskuhl, aber vielleicht machst du das auch in Beziehung, dass du Trippel-Trappel machst und, ähm, Probleme nicht adressierst, sondern irgendwie versuchst, dich da rumzulavieren, könnte ähnliche, könnte auch Probleme bringen in der Beziehung, definitiv. Nicht, dass so Trippel-Trappel um das Problem herum immer, immer die falsche Strategie ist, also gerade im Bekanntenkreis, damit Leuten, die einem nicht so wichtig sind, ist das häufig, oder wenn du mit Fremden zu tun hast, häufig beste Strategie, einfach, ach komm, ähm, äh, so, muss jetzt nicht jeden Fight hier fighten, aber so mit Eltern, Partner, enge Freunde, funktioniert das wahrscheinlich nicht so auf die Dauer. Äh, für mich natürlich, äh, selber eine Antwort freuen, freue mich schon auch über viele Teile deines Contents, für jeden Fall, dass ich Glück habe, Dankeschön, liebe Grüße, Katscheskula. Ja, hat geklappt, in diesem Sinne, macht die fucking Kurse, ähm, wenn ihr Lust habt, äh, das Wissen auch anzuwenden, macht meine Ausbildung und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.